Hallöchen, hier sind die Inge. Und die Renate. Und wir sind Gott. Das klingt erstmal ein bisschen komisch. Das ist aber so. Hallo. Ja, ich wollte eine Pizza bestellen hier, die sie im Angebot, die bisschen pittischer ist. Quattro-Stationen mit dem doppelten Käse, die gibt's heute für uns das gleiche Geld wie die anderen. Ja, ja, so. Mhm. Geliefert, ja, ganz kennen Sie doch, die bei Inge Renate oben abgeben, ja. Jetzt will mal klingeln. Ja, dann müssen Sie halt mal hochlaufen. Mein Gott, so schlimm ist es ja auch nicht. Wann kommen Sie schon mal als Pizza im Himmel hier, was? Ja. Gut, so machen wir's. Ja. Quattro, wie Sie sagen, ja. 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 Liebe Schöpfung, für weitere Clips mit Ihren Schöpfern klicken Sie bitte jetzt auf Abonnieren. Ja, es gibt hier auf dem Kanal auch noch andere Videos von einem gewissen Karsten Strauch. Ich weiß es nicht, den muss ich hier geschöpft haben. Ein sehr aufgängelter Typ. Ach ja, was ich noch sagen sollte. Die anderen Videos sind aber auch sehr gut. So. Bis zum nächsten Mal.